Guten Morgen Jungs, ich bin gerade im Asylantenheim, ich zeige euch mal wieviel Waschmaschinen, die eine Maschine kostet 1400 Euro, die höchstwahrscheinlich auch entsorgt werden. Da seht ihr bei uns die Steuerhäder hin, die neuesten Waschmaschinen. Unglaublich sagt ich noch, unglaublich, da wird alles entsorgt, weil sie das Asylantenheim zusammengelegt haben. Ich habe hier ohne Ende, da seht ihr wie blöde die Deutschen sind, das solltet ihr hier mitmachen. Ich zeige euch mal Herde, es sind mehrere Container auf dem Gelände. Mit Herde, die sie ignore alle, da wird alles entsorgt. Oh, viel ist ja da. Jungs, ich zeige euch mal die Flächen, die sie hier gemacht haben. Mit Holz verlegt, alles vom Feinsten. Mit Catering Service haben die gekriegt hier, mit den auch Judi und unseren Gutmenschen, unseren feinen Leuten, hier alles verlegt. Mit Spielplätzen, da wird alles weggekloppt, alles entsorgt. Unglaublich, also ich bin nur beim Teilstück hier. Schönen Tag euch noch. Bei Radio Deutschland 1 sprechen wir Klartext. Jeden Freitag ab 21 Uhr senden wir live und laden dich ein, dabei zu sein. Besuche unsere Internetseite www.radiodeutschland1.com Dort kannst du unsere Sendungen live oder als Aufzeichnung hören. Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland.